ich höre immer du liest viel in den voren dass da vermehrt so gruppen rumlaufen die einfach die leute abknallen nur noch aus langweile also so wie wir ja also ich will so lange bis ich habe gerade über stelle erst da lag hat sich auf einmal jemand in uns mit dem schiede nämlich hingelegt okay jetzt hast du eine neue waffe ja ich habe ihn einfach abgeknallt und jetzt hast du seine waffe nein noch nicht genommen dann hast du gleich seine wache wo er jetzt noch mal gekillt m70 tundra hatte der ich habe einen schuss gehört das war voll dicht ich weiß nicht ob er noch freunde hier in der nähe hatte hast du den schuss auch gerade nein ja wir werden nicht angezeigt hier nein ich habe jetzt lange wartet das hat er noch Ne lach. Pistone-Denks hatte der noch. Fuck, wo zum Teufel bin ich? Diese Straßensperre. Okay, es könnte sein, dass ich doch nicht da bin, wo ich dachte. Okay, es könnte sein, dass ich doch nicht da bin. Ich laufe jetzt erst mal Richtung Osten, dann müsste ich bleiben.